Es gibt wieder neue Infos über Fortuna Düsseldorf, eine Info, die uns alle auch sehr traurig machen wird. In diesem Video geben wir auf alle Transfer, Transfergerüchte und neuen Termine ein. Aber bevor das Video losgeht, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich gebe mir bei diesen Videos immer sehr, sehr viel Mühe, für euch ist es nur ein kurzer Klick. Hinter diesem Video steckt aber sehr, sehr viel Arbeit, wir legen auch mal direkt einmal los mit dem Video. Wie ihr alle bestimmt gelesen habt, wird Christos Zolis die Fortuna verlassen und zwar Richtung Brügge für eine Ablöse von ca. 6,5 Millionen Euro. Das Geld schmeckt natürlich. Ja, sehr, sehr schade, dass er uns verlassen wird. Gehen wir nun einmal auf den Wechsel Richtung Brügge ein, erkläre ich euch, warum es meiner Meinung nach ein sehr guter Transfer für seine Karriere ist. Mit Brügge geht er zu einem der besten Vereine Belgien. Sie wurden letzte Saison sogar belgischer Meister, das heißt er wird Champions League spielen. Champions League zu spielen war immer sein großer Traum, dieser wird ihm jetzt möglich gemacht und ich gönne es ihm zu 100%. Dadurch, dass Brügge so ein guter Verein ist, kann er sich erstens in der Liga sehr gut präsentieren und zweitens hat er auch wenig Konkurrenz. Würde er in eine Mannschaft der Top 5 Ligen gehen, zum Beispiel in die Bundesliga, würde er dort wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld oder gegen den Abstieg spielen und da könnte er nicht so viel zeigen, wie er eigentlich kann. Also ist ein Wechsel in die belgische Liga vollkommen richtig. Und was ich auch gut finde, hat jetzt nichts mit seiner Leistung zu tun, dass wir ihn nicht bei einem anderen Bundesliga-Verein sehen. Das würde einem, denke ich mal, schon etwas das Herz brechen. Und was mich jetzt auch interessiert, ist, wer als Nachfolger von Christos Solis kommt oder vielleicht befindet sich dieser Nachfolger ja schon im Verein. Also mal gucken, wer da auf dem linken Flügel seine, ja in Anführungszeichen, Rolle von Christos Solis übernehmen wird. Kommen wir nun zu den Transfergerüchten bzw. zum Transfergerüchten. Es gibt nämlich nur ein neues Gerücht seit dem letzten Video. Und zwar ist es Balik Wischer. Der 25-Jährige hat einen Markwert von 2 Millionen Euro, spielt im zentralen offensiven Mittelfeld bei Standard Lüttich. Es gibt drei Vereine, die an ihm interessiert sind. Da haben wir zum einen den FC Schalke 04, die arbeiten schon seit April an einer Verpflichtung. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf, sie sollen auch an ihm interessiert sein, haben auch angeblich schon ein Angebot abgeschickt. Und dann haben wir noch Niemegen aus den Niederlanden. Da gibt es auch eine spannende Info. Und zwar berichtet das Sascha Tavolieri, dass das Management von Balik Wischer und Niemegen schon im Außerstehen. Beide haben sich schon kontaktiert und wollen sich auf einen Wechsel einigen. Aber ob dieser Wechsel stattfindet, das wissen wir natürlich nicht. Denn der FC Schalke 04 bemüht sich auch um einen Transfer. Kommen wir nun zu Fortuna Düsseldorf. Dadurch, dass Solis ja jetzt zu 99% geht, haben wir wieder finanzielle Mittel und einen freien Startplatz zur Verfügung. Also könnte es sein, dass er zu Fortuna Düsseldorf kommt, der Balik Wischer. Es könnte auch sein, dass er zu Schalke geht oder Niemegen. Das müssen wir nochmal offen halten. Ich tendiere aber eher dazu, dass er zu Niemegen oder Schalke wechselt. Aber bei Fortuna Düsseldorf würde ich ihn wirklich sehr, sehr fühlen. Ich denke, der Spieler und sein Management werden erstmal mit dem einen oder anderen Verein Gespräche führen. Dann könnten sie ja vergleichen, welches am besten gelaufen ist. Und am Ende wird er sich dann halt für eine Option entscheiden. Da müssen wir jetzt abwarten und schauen, welche Infos in der kommenden Zeit folgen werden. Es gibt sogar noch ein Transfergerücht. Das ist jetzt aber kein neues Gerücht. Der Spieler stand nämlich schon mal mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung. Und zwar ist es Grand Leon Ramos vom Borussia Mönchengladbach. Er ist 20 Jahre alt, hat einen Marktwert von 1 Million Euro und spielt aktuell bei Gladbach im Sturm. Dort kommt er aber nicht wirklich zum Zug. Deswegen denkt ihr über eine Laie nach. Da gibt es auch zwei Interessen. Wieder mal der FC Schalke 04, wie eben auch bei Balik Wischer und Fortuna Düsseldorf. Ich fände einen Transfer aber überflüssig. Ich sage euch jetzt mal warum. Wir haben schon zwei Stürmer mit Danny Schmidt. Der ist, denke ich mal, sozusagen Backup-Stürmer. Aber der kann natürlich auch völlig rasieren. Da müssen wir aber schauen, was er in der 2. Liga zeigen wird. Und Femey, der hat letzte Saison, ja, eine Zeit lang sehr gut gemacht. Mal nicht. Aber Femey ist meiner Meinung nach kein schlechter Stürmer. Wir haben also grob gesagt schon zwei Stürmer. Und einen dritten Stürmer, von dem du nicht weißt, was du zu 100% bekommst, würde ich nicht verpflichten. Ich würde einen Stürmer verpflichten, der viele Spiele letzte Saison absolviert hat, seine Scorer gesammelt hat. Und wenn du den kaufst, dann weißt du wirklich, was du bekommst. Natürlich gibt es immer das Risiko, dass er floppt. Aber wenn du jetzt einen Spieler holst, der kaum gespielt hat, da kannst du auch nicht viel von erwarten. Dann habe ich noch einige Infos zum Trainingslager für euch. Das Trainingslager findet vom 11. bis 19. Juli in Oberösterreich statt. Und es gibt schon zwei Testspielgegner. Da haben wir einmal am Freitag, den 12. Juli um 17 Uhr die erste Partie. Und zwar gegen Dioskiori. Das ist irgendein Verein aus Ungarn. Und dann mein persönliches Highlight am Montag, den 15. Juli ab 19.30 Uhr gegen Galatasaray. Stellt mal, die Mannschaft kennt ihr alle aus der Türkei. Das sind die zwei neuen Infos, die wir erhalten haben. Sonst gibt es nicht so viele Infos. Ich habe noch eine Dauerkarten-Info für euch. Und zwar könnt ihr euch die Dauerkarten auch bis zum 5. kaufen. Ich weiß nicht, bis wie viel Uhr genau. Ich blende euch das hier einfach mal ein. Also wer noch keine Dauerkarte gekauft hat, der kann sich jetzt noch schnell eine kaufen. Das war es dann auch mit dem Video. Kurz und knackig. Nicht so viele Informationen. Im letzten Video habe ich euch den Neuzugang Bamba und 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 vorgestellt. Das war es mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.